Schön, dass Sie da sind, schön, dass Ihr da seid und Euch für unseren Vortrag über SmartKeter interessiert. Ich bin Sarah, ich leite bei uns den HR-Bereich und bin jetzt seit knapp fünf Jahren an Bord, habe bei uns den HR-Bereich aufgebaut und kann viele Geschichten über die Reise von SmartKeter erzählen. Auf einen kleinen Teil dieser Reise möchte ich Euch heute gerne mitnehmen und freue mich natürlich auch auf die weitere Zukunft mit SmartKeter und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der auch Lust hat mitzuwirken bei einer großen Unternehmensgeschichte und wenn Ihr darauf Lust habt, dann könnt Ihr Euch jederzeit an uns wenden und am Ende findet Ihr auch noch mal all unsere Kontaktdaten für Fragen, für Anmerkungen und und ja, deswegen würde ich ganz gerne jetzt mit Euch starten, um Euch ein paar Fun Facts auch zu SmartKeter zu erzählen. Wir sind die größte reine Google Ads Agentur im deutschsprachigen Raum. Unser Headquarter befindet sich hier in Berlin, richtig zentral, mit allen Möglichkeiten und einer guten Erreichbarkeit natürlich auch und vor zwei Jahren haben wir einen Standort in der Mitte Deutschlands auch nochmal aufgemacht, nämlich in Kassel im wunderschönen Hessen und haben dort auch eben ein ganz neues Team erschaffen. Wir haben derzeit über 900 erfolgreiche Kunden bei uns im Portfolio, die auch über alle Branchen vertreten sind. Wir bieten mit unseren über 200 Seerexperten ein Marktversprechen von 120 Prozent Performance. Wir sind wirklich eine reine Google Ads Agentur, eben auch mit einem Fokus auf Microsoft Advertising. Wir sind der Überzeugung, dass wir, dass wir durch den Fokus natürlich auch besonders leistungsorientiert und besonders zielorientiert agieren können. Wir haben im August diesen Jahres eine große, wunderbare Jahresparty oder eine Jubiläumsparty gefeiert und in zehn Jahren SmartKeter sind unglaublich auch schnell vergangen. Ja, also wir sind gespannt, wie SmartKeter, wenn wir uns in weiteren zehn Jahren nochmal sehen, wenn SmartKeter 20 Jahre alt ist, wie wir dann natürlich auch aufgestellt sind. 2011 sind wir mit vier Mitarbeitern gestartet und zehn Kunden. Da mussten wir uns auch nochmal neu formatieren. Damals haben wir auch sogar noch alles gemacht. Wir waren noch nicht immer im reinen Google Ads und Microsoft-Fokus, sondern damals hatten wir noch mehrere Steckenpferde sozusagen, haben dann aber eben wirklich über den Lauf der Zeit gemerkt, dass ein Fokus super, super wichtig ist, um eben auch den Kunden unser Marktversprechen zu ermöglichen am Ende auch. Das Spannende, was eben jetzt in diesem Jahr 2021 auch passiert ist und wir auch schon in 2020 begonnen haben, ist die Internationalisierung. Also wirklich auch länderübergreifend zu agieren. Wir haben im letzten Jahr angefangen, unser französisches Team aufzubauen. Das sitzt auch hier bei uns in Berlin im Headquarter. Und dafür suchen wir natürlich auch immer internationale Mitarbeitenden, die Lust haben, eben auch wirklich hier mit uns solche internationalen Teams aufzubauen. Uns ist es ganz, ganz wichtig, Erfolge natürlich auch messbar zu machen, uns an Zielen, an langfristigen Zielen zu orientieren. Und so ist es eben auch unsere Vision, bis Ende des nächsten Jahres auf 400 Mitarbeiter zu wachsen. Wir wollen dabei natürlich auch weiter im europäischen Markt wachsen. Das ist uns extrem wichtig, um auch für unsere internationalen Kunden natürlich auch da einen gehenden Mehrwert bieten zu können. Und die größte, das größte Ziel ist es natürlich auch mit einem, mit einem wachsenden Unternehmen auch den Spirit natürlich beizubehalten. Was bedeutet denn eigentlich Spirit-Based-Marketer? Fragt ihr euch jetzt sicherlich. Der Spirit-Based-Marketer machen ganz wesentlich unsere fünf Werte aus. Mit diesen fünf Werten, in diesen fünf Werten agieren wir. Bei allen Entscheidungen auch innerhalb der Company, auch in einzelnen Interaktionen unter den Menschen, unter den People sind unsere Werte maßgeblich für Entscheidungen, aber eben auch für unseren Unternehmenserfolg. Der Wert, der uns am meisten geprägt hat, ist unser Wert Mannschaft. Was bedeutet Mannschaft? Mannschaft bedeutet, dass wir eben auch füreinander sorgen, aber auch gemeinsam Erfolge feiern oder eben auch mal Niederlagen. Nichts geht ohne, ohne, ohne auch mal eine Niederlage zu, zu durchleben. Und aber auch das bedeutet Mannschaft für uns. Durch Höhen und durch Tiefen zu gehen, füreinander zu sorgen und dabei aber auch respektvoll und ehrlich miteinander zu sein. Ein weiterer Wert, der uns bis hierhin gebracht hat, ist eben auch der Wissenstauscher. Wissen wollen wir vermehren, indem wir es teilen. Und auch das macht Smageter aus, in Kombination vielleicht sogar auch schon mit dem Wissenstauscher. Bei uns herrscht keine Ellenbogenmentalität. Wir haben Leute und wir brauchen Leute, die eben Wissen gerne teilen, vermehren und damit natürlich auch andere besser machen wollen. Auch das bedeutet für uns Wissenstauscher. Ein weiterer Wert, der für uns eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist der Wert Fokus. Wir sind ein Unternehmen, das das Spezialisten innehat, weil unser Kosmos sich natürlich in diesen Google Ads und in dem Bing-Universum abspielt und wir durch den Wissenstauscher und den Mannschaftswert natürlich dort sehr, sehr gut auch sind. Und wir konzentrieren uns wirklich auf diese Stärke und das macht eben auch den Fokus aus. Der vierte Wert, der Smageter und unsere Leute natürlich auch bis hierhin gebracht hat, ist auch eine hohe Proaktivität. Ich persönlich finde Proaktivität sehr, sehr wichtig, weil es auch ein Mindset-Thema ist und das kann man sich nicht erlernen. Ich finde, es gibt Leute, die dieses Mindset, proaktiv zu sein, haben oder es eben nicht haben. Und wer auch dieses Mindset teilt, der ist bei Smageter natürlich genau richtig. Denn wir bestimmen unsere Zukunft, indem wir sie gestalten und machen uns dann auch nicht abhängig von Hierarchien oder von anderen Gegebenheiten. Für uns ist eine proaktive Haltung wichtig, um natürlich auch Kundenpotenziale selbstständig zu erkennen und auch zu realisieren. Wir versuchen proaktiv neue Lösungen, Optimierungen, bessere Wege, andere Wege zu finden. Und das ist das, was den Wert Proaktivität bei Smageter ausmacht. Ähnlich und damit auch einhergehend ist unser Wert Leistungsparanoid. Wir wollen uns nicht mit guten Ergebnissen zufrieden geben. Smageter stellt sicher, dass wir die Besten am Markt sind, dass wir unseren Kunden das Beste mitgeben, dass wir das Beste auch aus uns herausholen. Das bedeutet für uns Leistungsparanoid oder Leistungsverrückt natürlich auch. Wenn du dich eben wirklich mit diesen fünf Werten identifizieren kannst, oder du vielleicht eben auch dazu auch noch mehr erfahren möchtest, dann kannst du uns natürlich jederzeit sehr, sehr gerne kontaktieren. Smageter ist ein Arbeitgeber, der nicht nur eine Karriereleiter anbietet, sondern der auch ein Karriereklettergerüst anbietet. Wir wollen unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, auch mal nach links und nach rechts zu gehen. Und es geht nicht nur nach oben oder nach unten, sondern eben auch durch verschiedene Produktstabstellen die Chance zu geben, auch andere Bereiche mal kennenzulernen. Für uns besteht Karriere nicht nur darin, ausschließlich Führungsverantwortung zu übernehmen, sondern für uns bedeutet Karriere auch, Spezialist in Produktthemen zu werden. Oder eben z.B. auch im Key Account Management. Und das ist eine Besonderheit, die ich hier persönlich auch ganz, ganz toll finde, um eben auch hier die Leute in verschiedene Möglichkeiten auf der horizontalen Ebene weiterzubringen. Wir haben regelmäßige Team- und Firmen-Events. Die Firmen-Events sind dann zum Beispiel unsere Sommerparty, unsere Weihnachtsparty. Ansonsten haben wir natürlich auch Spaßbudgets zur freien Verfügung für die einzelnen Teams. Das wird oftmals genutzt, um Essen zu gehen, Kart fahren zu gehen oder sonstige Aktivitäten, Lasertag und was es nicht schon alles gab, ja, um das da rein zu investieren, um eben auch den Mannschaftsgedanken zu fördern. Wir bieten für unsere Mitarbeiter E-Scooter an, Firmen-Eigene Office-Bikes. Zudem gibt es auch Vergünstigungen für unsere Standorte in Kassel und in Berlin, für die öffentlichen Verkehrsmittel. Auch damit kann das Auto zu Hause bleiben und man kommt kostengünstig und sicher auch zur Arbeit dadurch. Für den Way of Working haben wir auch eine Home-Office-Regelung, die es ermöglicht, flexibel auch zu agieren, flexibel zu arbeiten und dabei auch flexible Arbeitszeiten, die wir hierbei ebenfalls anbieten. Wir haben jede Woche frisches Obst, Snacks und Kaffee zur Verfügung. Für den Way of Working haben wir auch gelernt, dass es extrem wichtig ist, auch gesund zu arbeiten, eine gesunde Haltung zu haben. Dafür haben wir in all unseren Büräumen höhenverstellbare Tische, die es eben auch ermöglichen, hierbei ein bisschen auch auf den Körper zu achten während der Arbeit und wir bieten natürlich auch, weil wir wissen, dass die Ausstattung oftmals zu Hause im Home-Office nicht die gleiche ist wie im Büro, bieten wir auch an, dass wir den Leuten, unseren Mitarbeitern auch höhenverstellbare Tische nach Hause schicken, richtige Bürostühle, sodass auch das Arbeiten im Home-Office gesundheitlich gut vonstatten gehen kann. Zudem bekommen unsere Mitarbeitenden natürlich ihre eigenen Laptops. Diese sind ganz, ganz neu, eben auch immer von der IT, sodass ihr auch mit dem neuesten Standard natürlich arbeiten könnt. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, ein Leitsatz im Recruiting ist für uns first who, then what? Wir wollen Leute, die sich mit unserer Smargeter-DNA, unserem Spirit und damit natürlich auch unseren Werten identifizieren können, die Teil einer Mannschaft sein wollen, die Teil dieser Unternehmensreise sein möchten. Und für uns dabei natürlich auch ganz essenziell, was macht den Marketer Culture Fit eigentlich aus? Unsere Leute definieren den Culture Fit natürlich durch die Leistung, das geht wieder mit dem Wert Leistungsparanoid auch einher, mit einem starken Know-how, da kommt unser Wissenstauscher wieder zu Tage. Und Fleiß, Respekt und Zusammengehörigkeit, also auch wirklich Aspekte, die den Mannschaftswert maßgeblich beeinflussen. Ja, und die Stärken, die wir hier auch evaluiert haben anhand des Gallup Stärken oder Strength Finders, sind die Stärken, die unseres Marketers ausmachen und das über die ganze Unternehmensbandbreite. Eine hohe Bindungsfähigkeit, eine hohe Wissbegierde, eine Leistungsorientierung, Fokus und eine analytische Denkweise. Das sind die Stärken, die eben unsere People hier vor Ort ausmachen. Und ja, das in Kombination eben mit dem, was wir assoziieren mit unserer Culture, ist das ein wunderbares rundes Bild, was dabei eben auch unsere Werte abdeckt. Solltet ihr natürlich trotzdem Fragen haben oder Anmerkungen oder ihr Lust habt, mal bei uns reinzuschnuppern, dann schaut gerne mal auf unsere Karriereseite. Da kommen immer wieder neue Vakanzen auch rein. Auch da wird es nie langweilig bei uns. Und wenn ihr glaubt, dass ihr noch nicht oder wenn ihr vielleicht auch gerade an einem Punkt seid, jetzt auch gerade nach der Pandemie, wo ihr noch nicht so richtig wisst, wohin euer Weg gehen soll, schickt uns gerne eine Initiativbewerbung. Der Flow würde dann so aussehen, wir telefonieren, wir tauschen uns aus. Du hast natürlich die Möglichkeit, einen Probetag zu machen, weil ich auch der Überzeugung bin, dass ein Bewerbungsprozess keine Einbahnstraße ist. Unsere Bewerberinnen und Bewerber sollen ein möglichst allumfassendes Bild eben auch von uns bekommen. Deswegen ist ein Probetag von so zwei, drei Stunden ungefähr ganz, ganz wichtig, um einmal die Inhalte kennenzulernen, aber auch schon mal so ein bisschen was von der Culture mit aufzuschnappen, um danach auch zu evaluieren, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Und ja, dann gibt es nochmal ein finales Abschlussgespräch, wo man den potenziellen Vorgesetzten auch kennenlernt. Und ja, und dann gehen wir davon aus, dass beide Seiten ein möglichst großes, rundes Bild auch haben, um gemeinsam in die Zukunft zu starten. Wir freuen uns, wenn wir uns nochmal wiedersehen. Wir freuen uns auf Fragen, auf Anmerkungen und ja, für alle Zuschauenden vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es hat echt Spaß gemacht, euch jetzt auch noch nicht so ganz kennenzulernen, aber hoffentlich bald. Und ja, ansonsten bleibt alle gesund und vielleicht bis ganz bald bei Smarketa.